Hier haben wir einen Android-Jog. Das kostet 250 Euro. Hier kann man das Android-Jog auch wieder verstellen, nach links und rechts. Wenden. Falls der Bildschirm zum Beispiel von einem Smartphone so rum ist, kann man das gut drehen. Man kann es hoch und runter stellen, sodass sich das dem Telefon auch anpasst. Manche Telefone haben nämlich hier ihren Anschluss, sodass es besser passt. Und es gibt sogar einen zusätzlichen Aufsatz, den man noch draufsetzen kann, falls das Telefon etwas breiter ist.